Musik Wie Sie mitunter an den Flug- und Außenaufnahmen schon erkennen konnten, befinden wir uns im schönen Persenberg. Ich darf Ihnen heute hier einen ganz tollen Bungalow präsentieren. Einzugsmöglichkeit zwar erst ab Juli, aber wir wollen Ihnen jetzt schon zeigen, damit Sie sich für eine etwaige Besichtigung vormerken lassen. In diesem Sinne, Film ab! In diesem Sinne, Film ab! Ja, ein wenig einen Eindruck konnte ich Ihnen jetzt von außen und vom Haus schon bieten. Wir gehen natürlich jetzt auch in alle anderen weiteren Räume und vor allem in den riesengroßen Keller. Wie in der Annonce ja ersichtlich, der eine oder andere Kleinigkeit ist zu machen, vor allem in optischer Hinsicht wäre im Keller noch großes Potenzial vorhanden. Hier darf ich Sie aber vor allem auf den virtuellen Rundgang verweisen. Da sehen Sie jeden Raum einzeln. Im Video widmen wir uns dem Keller nur kurz und gehen dann wieder nach außen. Ja, wie immer hoffe ich, ich konnte Ihnen ein bisschen einen Eindruck via Video vermitteln. Darf natürlich auf die Bilder, Infos und Fakten und vor allem den virtuellen Rundgang verweisen für jene großes Interesse an diesem tollen Bungalow hätten. Natürlich ist hier die Lage, glaube ich, vorrangig eine sehr gute, auch der Zustand des Gebäudes, wenn auch das eine oder andere noch zu machen ist, ist ein sehr guter. In diesem Sinne sage ich noch Tschüss und Baba. Mein Name ist Reinhard Lennbacher, bin von Deifelsen Immobilien und sage Danke fürs Reinschauen.